Die Kasse steht etwa drei Meter von der Tür entfernt. Anscheinend hat er keine Alarmanlage. Also, der alte Mann ist ganz allein da und niemand ist im Nebenraum. Das ist meine Lina. Was ist, Brüderchen? Fertig? Ja, ich denke, es kann losgehen. Ey, Sino, er ist dein Bruder, aber er ist mein Freund. Also mach ihn nicht verrückt mit deiner Nervosität. Waschen gern wir. Der Typ im 500-Dollar-Zwirn interessiert sich für so einen kleinen Schnapsladen. Da frag ich mich, wieso. Da frag ich mich. Da frag ich mich. Da frag ich mich. Bin ich? Ich bin nehm. Ich bin nehm. Das war's für heute. Stehenbleiben, Polizei! Schön die Kanone fallen. Na los! Ja, hallo? Äh, Heroine. Tony? Ako, Skotosatone haste noch einen Korn. Was denn? Du hast einen Mullen erwischt? Akkus ist im Lau und in die Kahn. Katalaveris. Akkusin. Xeres Pios in der Aventikos. Theo Gojek. Toxero, Apoprin. Ab die Pajamas, jitonja. Der zuständige Lieutenant ist ein Griecher aus unserem alten Viertel. Sino. Kriasomegna Alaxo. Pias de Capion abdenikoyeniatu. Mein Gott. Katalaveris. Er will, dass wir uns jemanden schnappen aus der Familie eines Bohlen. Siehst du sie irgendwo? Ja. Wo sind die Leute? Die Gruppe da drüben. Die mit dem Party hängen. Lina. Das ist doch Irrsinn. Die Familie eines Bullen. Willst du, dass dein Bruder für 20 Jahre im Knast verschwindet? Die kleine Schläfte schläft jetzt. Ich würde die Brücke nicht abnehmen, wenn sie wach wäre, Dummkopf. Lina, putz mich nicht runter. Da ist die Tür. Aber was ist, was ist, wenn dich jemand gesehen hat? Wenn dir nun jemand gefolgt ist? Und wenn einer was gesehen haben sollte, dann nur eine dunkelhaarige Frau. Schön hast recht. Ich bin eben nervös. Halt, wo willst du denn hin? Telefonieren. Alles klar? Reiß dich doch ein bisschen zusammen, Sino. Wir haben das schon hundertmal gemacht. Es wird sich nichts ändern. Die Reiseagentur, die gefälschten Tickets. In Ordnung. Es ist doch für Tonic gelaufen, oder? Nein, nur wenn das Kind den Bullen egal ist. Ja? Carlo Sino, hier Toni am Apparat. Alles in Ordnung bei dir? Ich bin draußen, Kleinere. Ich bin draußen. In Ordnung. Fünf Uhr, ja? Okay. Ja? Es hat geklappt, er ist draußen. Na, fabelhaft. Das Reisebüro hat die Tickets. Du musst sie abholen. Dann komm hin. Ich werde ein Taxi bestehen. Pass auf, dass dir niemand folgt, klar? Toni wartet auf uns am Flughafen. Denkst du, die Bullen haben irgendeinen Trick drauf? Ich denke, du verschwendest deine Zeit. Nimm noch einen Schluck. Dann schläfst du besser. Wir machen eine lange Reise in einem von diesen Flugzeugen, die du so gerne malst. Na, hallo. Ich möchte zwei Tickets abholen nach San Francisco. Von Kennedy aus. Und auf welchen Namen, bitte? Jones, Walter und Pete. Ja, Mr. Jones, Sie waren schon häufiger hier. Ich habe Sie nicht gleich wiedererkannt. Die sind schon bezahlt. Zwei Tickets nach San Francisco. Unterschreiben. Was haben Sie denn? Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Es tut mir leid. Ich höre, ich bin ein Zeug im Hey Mann, hast du mal ein Streichholz? Lina! Hey, Lina! Papas! Stehenbleiben! Er ist tot. Tut mir sehr leid, Lieutenant, aber er hat auf Sie gezielt. Sie hat uns gefoppt. Sie hat ihn benutzt, um abzuhauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017